Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Tagebuch-Serie zum XXL-Reefer. Und es hat sich einiges getan im Monat und da gehen wir jetzt gleich mal drauf ein. Ja, es hat sich, wie gesagt, einiges getan. Ihr seht im Hintergrund, das Becken steht einigermaßen gut. Und ja, heute geht es sich tatsächlich darum, Nährstoffe, was kann ich dagegen tun? Was hat es für Auswirkungen auf andere Gerätschaften? Was haben wir noch? Fällt mir jetzt gerade nichts so ein. Arbeiten wir das erstmal ab. Ja, ich hatte jetzt vor einiger Zeit, vor fünf Tagen ungefähr, hatte ich die Problematik, dass meine Nährstoffe so nach und nach angestiegen sind. Hintergrund der ganzen Aktion ist, dass ich das Verhältnis, was ich bisher gefüttert habe, geändert habe. Aus Faulheit und weil ich auch kein Futter da hatte. Musste ich noch bestellen, bin ich nicht zugekommen. Hatte also im Endeffekt einen Teil Mysis da und einen Teil Athemia. Normalerweise fütter ich einen großen Teil Athemia und einen kleineren Teil Mysis. Ausgewaschen. Theoretisch. Praktisch habe ich das die letzte Zeit nicht mehr gemacht, weil ich wieder faul war, wie immer. Und das hat sich dann natürlich auch direkt umgeschlagen auf meine entsprechenden Wasserwerte. Entschuldigung. Die dann bei einem Wert von Phosphat 0,12 lagen. Und bei einer, ja, auf hohem Niveau gemeckert, bei einer Nitrat 8. Ja, was habe ich dann gemacht? Natürlich dann erstmal, dann kam dann auch zu dem Zeitpunkt endlich mein Futter. Und ich konnte wieder normal füttern in dem entsprechenden Verhältnis. Bin dann auch wieder hingegangen und habe es wieder ausgewaschen. Schön brav. Und habe dann unter anderem auch natürlich meinen Absorber wieder erneuert. Und habe dann in Verbindung, sprich, den Absorber erneuert. Ich habe das Futter ausgewaschen. Und ich bin hingegangen und habe zusätzlich meine Bakterien noch angeregt. Also sprich mit dem NO3-Redukt von Aquamedic bin ich hingegangen, habe täglich die entsprechenden Dosen reingepackt. Und das hat dann auch Wirkung gezeigt. Das war dann, ich sage mal, vor fünf Tagen dann wieder so in den Bereich. Da war ich dann wieder bei einer 0,08. Das ist so in Ordnung für mich. Also 0,06 bis 0,08. Damit fahre ich im Moment. Und der Nitratwert lag dann so zwischen 4 und 5 oder 4 und 6 circa. Ungefähr. So genau ist der Rätzi in dem Bereich dann nicht. Aber es war definitiv eine 4. Es war aber auch keine 6. Also ungefähr eine 5, sage ich jetzt mal. Das hat dann soweit gepasst. Alles okay. Dann ging aber die Sache erst richtig los. Und da kommen wir jetzt zu den Ursachen von eingesetzten Mittelchen. Ich nehme euch mal mit aufs Pad. Und mache dann jetzt hier mal die Bildschirmaufnahme mit an. Hat nämlich folgenden Hintergrund. So, da bin ich wieder. Eingeloggt im Smart Reef. Und jetzt nehme ich euch mit aufs Pad drauf. So, dann gehen wir mal aus den aktuellen Werten in die Übersicht rein. Und da brauchen wir jetzt nicht die Übersicht von heute, sondern 7 Tage. Dann suchen wir uns den KH-Keeper aus. Und da könnt ihr dann dementsprechend jetzt sehen, dass das Ganze, ja, das fing hier. Am 27. hatte ich noch normale Werte. Und das ging dann konsequent weiter. 27. 28. Bis hier zum 31. Wo ich bei einer 7,79 war. Und eigentlich auch die nächste Messung darüber auch noch höher. Die war, glaube ich, bei einer 8,0. Blende ich euch gleich noch kurz mit ein. Und da habe ich mich auch gefragt, verdammt nochmal, was ist denn jetzt hier los? Ja, es ging konsequent nach oben. Ich habe die Dosierung dementsprechend runter geregelt. Ohne Momento. Dashboard. Seht ihr selber hier auch. Bei den Essentials selber. Hier. Da seht ihr, dass die entsprechenden Dosierungen bis zum 31. Da ist es dann wieder runtergegangen auf 43. Also eigentlich ursprünglich war ich bei 61. Und habe die dann konsequent nach unten gezogen. Aber es kam kein Effekt. Im Gegenteil. Es ging immer weiter nach oben. Und da habe ich nachgedacht. Ich dachte, hey, irgendwas stimmt doch jetzt nicht. Ich habe mir die Sonder dann angeguckt. Und siehe da, es war ein Bakterienfilm auf der Sonder. So, das könnte ich jetzt hier aber effektiv nachweisen, dass ich ab dem 27., wo ich das Bakterienprodukt mit eingesetzt habe, beziehungsweise diesen Bakterienbooster, ist ja im Prinzip ein Booster schlechthin. Das ist aber jetzt egal, ob das jetzt das Produkt ist oder ein anderes. Alle Produkte, womit ich die Bakterien so ein kleines bisschen pushe, haben diesen Effekt. Und das kann sich dann im Endeffekt dann auch auf den KH-Keeper niederschlagen. Und ihr seht selber, das war dann auch der Hintergrund. Ich bin dann hingegangen, habe die entsprechenden Reinigungsarbeiten durchgeführt. Das waren keine 5 Minuten Arbeit. Und wir gucken uns das Ganze nochmal in Zahlen an. Also sprich, am 27. hatte ich nochmal 7,49. Und dann ging es hier in der KH-Leiste langsam aber sicher nach oben. Ihr seht hier selber eine 8,0, eine 8,12, die er gemessen hat. Aufgrund der Tatsache, dass ich halt mit diesen Bakterienprodukten gearbeitet habe. Und das ist Fakt. Jeden Tag habe ich schön brav das Material da reingepackt. Und jeden Tag ist der KH-Wert immer ein Stückchen weiter nach oben gestiegen. Ich habe also somit meine natürliche Population, die ich im Becken drin hatte, zusätzlich angespornt. Die haben dann dementsprechend eine höhere Vermehrungsrate. Gehen natürlich auch dann hin und regulieren ein bisschen mehr das Nährstoffverhältnis. Was sie auch tun sollen, richtig. Aber im Umkehrschluss habe ich dann die Problematik gehabt, dass sich das Ganze dann, so ein Bakterienfilm, dann in meinem Gerät niedergeschlagen hat. Und das ging ja genau in diesem Zeitraum, wo ich damit gearbeitet habe. Also ist es auch im Endeffekt nachweisbar, dass solche Produkte sich negativ auf das Gerät niederschlagen können. Ja, 1. November, ihr seht selber, bin ich dann hingegangen und habe gereinigt. Da war dann der Sturz von 8,12 auf eine 7,52 recht heftig. Da hat er das Ganze dann als rot markiert und hat auch noch zwei weitere Messungen hinterher geschmissen. Und die waren dann im Endeffekt wieder spitz auf Knopf. Ich habe den entsprechenden Test gegengetestet mit meinen normalen Wassertests von ATI und der Reagenzreferenz von ATI. Und das hat alles gepasst. Also ich bin nur hingegangen, Sonde raus, Sonde ein bisschen mit der Zahnbürste gereinigt, durch Wasser geschwenkt, das Glas rausgenommen. Glas auch befreit von den Bakterienbelegen und die Röhrchen und den Rührfisch. Alles wieder trocken gemacht, sauber gemacht, reingestellt, keine fünf Minuten Arbeit. Dann war das Thema durch und ich musste noch nicht mal neu kalibrieren. Das hat dann anschließend wieder spitz auf Knopf gemessen. So, das nächste, was wir jetzt im Endeffekt im Bild haben, ist unser TDS-Meter hier. Und da seht ihr, dass ich auch am 27. einen Peak drin hatte. Jetzt frage ich mich natürlich, wo kommt der her? Einmal von 0 hoch auf 6 ppm und dann anschließend wieder runter. Ich habe da so ein kleines bisschen Herzkasper gekriegt und habe mich dann gefragt, wie kann es sein, dass es innerhalb, wenn ich mir jetzt die Historie hier von einem Monat anschaue, das ist jetzt das erste Mal, dass dementsprechend nichts, ja, einmal ein Ausschlag war, kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass sich irgendwo was gelöst hat im System, dass irgendwo noch was festgehangen hat. Ich hatte auch kurzzeitig im System, also sprich im Becken, leichte braune Schmieralgen gehabt, also Kieselalgen vermute ich mal, so ein auf zwei Tage, dann war das Thema wieder durch. Ich war aber auch gleichzusetzen mit dem Punkt, wo ich meinen neuen Phosphatabsorber eingesetzt habe, also sprich den erneuert habe, nicht den neuen, sondern neu eingesetzt habe. Dieser war dann, ja, hat dann wahrscheinlich auch mein restliches Silikat wieder aus dem Wasser herausgezogen, woher es auch immer gekommen ist. Weil, ihr seht selber, anschließend war das Ganze dann wieder runter. Wo natürlich, ich sagen muss, das TDS-Meter kann kein Silikat feststellen. Klar, logisch. Aber ich blende euch nochmal die entsprechende Kartusche von heute ein. Die ist immer noch schön in der entsprechenden Farbe, hat sich noch nicht verfärbt, heißt also auf gut Deutsch, da ist nichts durchgekommen, das ist nicht voll. Und meine große Kartusche und die kleine Kartusche haben dann dementsprechend ihre Arbeit gemacht. Ja, war recht komisch. Aber auch das System läuft jetzt immer noch einwandfrei, genauso wie der Levelkeeper. Wo haben wir ihn, wo haben wir ihn, wo haben wir ihn? Hier ist der Levelkeeper. Und da seht ihr schon die wilde 13, sag ich jetzt mal hier, den kompletten Verlauf von einem Monat. Gehen wir mal auf die sieben Tage. So, und in sieben Tagen hat er jetzt 15 Liter nachgefüllt. Also sprich, ich habe mein Becken ja immer noch abgedeckt oben, arbeite über Atemkalk und habe momentan diesen Verbrauch. Das passt soweit. Damit bin ich zufrieden. Das läuft. Heute habe ich ein bisschen mehr verbraucht, weil ich mit dem Abschäumer eine Kleinigkeit rumgefummelt habe. Da habe ich den Wasserstand ein kleines bisschen erhöht. Da muss da ein bisschen mehr nachfüllen. Aber alles in allem macht auch dieses Gerät seinen Job. Und in meinen Augen macht es das vernünftig. Es gibt halt auch Faktoren, die unser System von außen beeinflussen, wenn ich zusätzliches Material einsetze, was eigentlich ja nicht die Regel ist. Also sprich, der Einsatz von Bakterienboostern beziehungsweise solche Booster generell ist ja eigentlich für mich auch eine Sache, ja, eigentlich mein letztes Mittel, wenn ich nichts anderes machen kann. Und genau so war das dann in dem Moment. Aber ich konnte es ja jetzt auch Gott sei Dank dementsprechend nachvollziehen. Ich habe damit angefangen und über diesen Zeitraum ging es dann halt hoch. Naja, wieder was gelernt. Also dementsprechend, wenn solche Produkte eingesetzt werden, immer schön brav den Bakterienfilm im Auge behalten. Ja Leute, ihr seht selber, das ist eine kleine Ursache, große Wirkung, kann sich dann komplett ins Gegenteil verkehren. Aber das ist nicht das, was wir tatsächlich wollen. Man muss halt wissen, was dann im Endeffekt passiert. Weil die Bakterien beschränken sich ja nicht nur dann auf dem Bereich oben oder ich sage jetzt mal am Abschäumen oder sonst irgendwas. Die gehen halt überall hin. Also wenn ich entsprechend Bakterienbooster einsetze, dann habe ich natürlich auch mehr Bakterien drin als wie normal. Und ja, dann habe ich dann dementsprechend auch diese Problematik, die dann auftreten kann, sollte man also grundsätzlich im Hinterkopf behalten. Das nächste, wo ich mich darum gekümmert habe, mal ein bisschen sauber gemacht, ist der Abschäumer, die Ocean Queen. Und ich bin nach wie vor begeistert von dem Gerät. Es lässt sich sehr gut einstellen. Wir haben jetzt hier im Bild, seht ihr im Endeffekt, den gereinigten Zustand. Ja, keine fünf Minuten nach Laufbeginn. Ihr seht selber, das Ding, das läuft, das holt direkt raus. Alles soweit tippitoppi. Lautstärke hat sich auch noch nichts dran verändert. Ist also akustisch immer noch gleich geblieben. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, alles in allem macht einen verdammt guten Job. Und ja, ich kann mich eben nicht genug beschweren über das Gerät. Läuft soweit. Ja, und das nächste Problem, was ich ja hatte, was ich dann hier und da auch natürlich, habt ihr aus den Videos herausgehört, beziehungsweise hatte ich auch erzählt, ich hatte ja, ich sage jetzt mal, eine Cyanoplage. Nicht so, dass ich jetzt sagen muss, morgens Licht an, zack, alles rot. Aber über einen Zeitraum von zwei bis drei Tagen musste ich dann tatsächlich mal mit der Pipette hingehen. Und ich nehme euch mal mit ans Becken. Ich mache mich mal klein und blende das Becken aktuell jetzt hier mal ein. Und dann gehen wir mal so ein kleines bisschen da durch und schauen uns das an. Ich habe da ein kleines bisschen experimentiert mit dem Gimbal. Also ja, schauen wir mal. Aber alles in allem kann ich jetzt sagen, ich habe die Cyanus zu 99 Prozent bekämpft, erledigt. Das Thema hat sich für mich so gut wie erledigt. Ich habe hier und da noch kleine Stellen, die aber nicht weiter schlimm sind, die man noch bekämpfen kann. Wahrscheinlich hat es jetzt auch damit zu tun, dass ich das Nährstoffverhältnis wieder runtergezogen habe. Und ihr seht selber, alles in allem, es steht ziemlich gut hier. Meine Rückwände wachsen mittlerweile so dermaßen zu mit Kalkrotalgen. Das ist schon eine wahre Pracht. Also bald habe ich dann ein rotes Becken. Und wenn ich mir das Polypenbild hier von meiner Shortcake angucke, ja, da kann ich eigentlich nur noch sagen, schüttel dein Haar für mich. Die ist im Hintergrund so dermaßen heftig. Die wächst aber auch sehr, sehr gut ab, weil sie halt jetzt auch schon eine entsprechende Größe erreicht hat. So, da bin ich wieder. Kurze Hachi-Attacke. Ja, ihr seht selber, darunter ist auch eine andere Art von Shortcake. Die schüttelt ihr Haar genauso. Die Tischkoralle hier vorne, beziehungsweise die Monty, auch schön weit auf die Polypen. Und da ist übrigens rechts noch daneben noch ein kleines Fitzelchen Cyanus. Ist aber komischerweise nur an der Stelle da oben. Weiter breitet es sich nicht aus. Also ich scheine den Kampf erstmal wieder gewonnen zu haben der Bakterien. Toi, toi, toi. Klopfen wir auf Holz. Und dann hier meine Gravescans, die sich dann unten mit der Enzmann anlegt, aber nur im unteren Teil. Und dann hier oben wieder aufs Riftdach, wo dann dementsprechend dann auch, ja, das Wachstum vorhanden. Also es ist wunderschön. Hier die grüne Acro mit ihrem hellblauen, babyblauen Wachstumsspitzen. Habe ich den Namen vergessen. Im Hintergrund ist die Joker. Und ja, hier halten wir mal eben kurz an. Und da ist auch jetzt wieder mein kleines lila Bäumchen, was ich vor anderthalb Jahren, letztes Jahr, verloren habe. Durch die Acropora fressenden Strudelwürmer. Da ist jetzt wieder das entsprechende Tier. Das ist jetzt ungefähr so groß. Und bin ich richtig froh darüber, dass ich da jemanden hatte, der da das Backup für mich gemacht hat. Aber ihr seht, das Tier wächst jetzt auch schon wieder so baummäßig, wie es halt bei mir im Vorfeld war. Bin ich echt froh, dass ich da wieder einen Ableger hatte. Was ich übrigens nicht kann, beste Beispiel jetzt hier, sehr gut zu sehen, sind Digitatas. Die kommen bei mir momentan noch nicht so gut. Und ich werde in der nächsten Zeit nochmal meine Werte checken lassen. Und dann gucken wir mal, wo es im Argen liegt. Dann ziehen wir die Werte mal wieder, gleichen wir mal wieder an. Und ob das Ganze dann wieder recht gut aussieht oder nicht, werden wir dann sehen. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, ihr seht das Becken an sich, alles andere steht gut. Aber die Digitatas, die wollen halt nicht so, wie sie eigentlich sollten. Machen wir weiter. Die entsprechenden Chalice da unten. Auch sehr schön groß gewachsen. Ja, die war irgendwann mal so groß. Also sprich ein ganz kleiner Plug war das. Und die ist ja vom Projektbecken mit rüber gewandert. Und dann hier meine Spicifera hier vorne. Das ist übrigens auch ein wunderschöner Ableger von einem Bekannten, bei dem wir den Reset gemacht haben. Der hat mir diesen Ableger gegeben. Und diese hellen Spitzen, ich gehe nochmal eben kurz zurück. Und diese hellen Spitzen hier, die sind tatsächlich bei mir direkt nach dem Einsetzen schon gewachsen. Also ich habe den Ableger bei mir eingeklebt und keine vier Tage später habe ich gesehen, die schiebt der jetzt schon raus. Weil die wahrscheinlich unter dem gleichen Licht mit ähnlichen Wasserwerten stand, hat die das nicht wirklich gestört, das Umsetzen. Und die fing dann direkt wieder an. Normalerweise gehen, wenn man von Akroporen aus dem einen in das andere Becken rüber setzt, ist es eigentlich so, dass die halt hingehen und ja, erstmal eine Fußscheibe wieder ausbilden. Zeige ich euch nachher noch kurz. Oder im Hintergrund ist es auch zu sehen. Das ist zum Beispiel eine Akro aus einem anderen Becken. Die habe ich mir, glaube ich, in Bottrop geholt. Die geht gerade jetzt erstmal hin und breitet sich unten aus. Also macht eine Fußscheibe und dann fängt die erst an zu schieben nach oben. Also das ist, von Tier zu Tier ist es so. Dann sieht man dann im Endeffekt, wie unterschiedlich dann doch vielleicht die eigentlichen Wasserwerte sind. Ja, gehen wir weiter. Und ihr seht selber, es wächst hier und da. Rechts oben im Bild auch gut zu sehen wieder die entsprechende große Fußscheibe, die auch erstmal ausgebildet wurde. Fingerkoralle, Fußball mittlerweile so groß, Handball hatte ich auch, waren es glaube ich zwei oder drei Polypen gewesen vor drei Jahren. Und alles in allem, ja was soll ich sagen, wächst, gedeiht, sieht gut aus, steht gut. Und ja, ich tue halt nicht wirklich was zusätzlich. Also die Essentials Plus kommen hier rein. Entschuldigung. Futter und das war's. Mehr nicht. Ja, ich gucke, dass meine Werte in dem Bereich bleiben, wie ich sie, wo sie hingehören. Und ihr seht selber, das Wachstum ist im Endeffekt super. Das Polypenbild ist klasse. Und es wächst mittlerweile auch unten auf die Scheibe fest. So war der Plan da an der Stelle übrigens. Ja, aber alles im Allem. Ihr seht selber, die Polypen stehen super. Also sprich, die Korallen stehen super mit einem super Polypenbild. Wachstum ist da. Das ist übrigens meine Pikachu. Stopp. Jetzt gehen wir nochmal kurz hin und schauen uns den. den Philippinen an. Und da können wir es im Prinzip genau sehen. Der hat momentan extremen Pünktchenbefall. Er ist aber auch tatsächlich der Einzige. Und da werde ich jetzt mal hingehen und mal ein spezielles Futter ausprobieren. Und zwar vom Dr. Basler. Werde ich noch drüber berichten. Habe ich auch mir jetzt Infos drüber geholt. Das soll ein Futter sein, was dann im Endeffekt dafür ist, dass die Schleimhaut besser aufgebaut wird. Dass die Kryptokarien nicht so extrem... Ne, dass denen das Fleisch vom Fisch nicht mehr so schmeckt. Das heißt also, sie werden dann ins Freiwasser abgegeben. Es ist auch tatsächlich der Einzige, der die Pünktchen hat. Und der sieht momentan auch recht schlimm aus. Auf Entfernung sieht man das nicht so. Aber ich wollte das mal zeigen, damit ihr seht, dass ich hier sowas nicht unter den Tisch fallen lasse. Ich weiß nicht, woher es ist, warum das jetzt so ist. Der wird von keinem gestresst. An meiner UV habe ich auch nichts verändert. Also alles in allem, ja, keine Ahnung. Ich versuche da jetzt gegen anzugehen und werde dann dementsprechend darüber zu berichten. Ja, und ja, da jetzt im Hintergrund. Nächster halt ist meine... Sieht man nicht. Ist eine Pikachu. Oder soll eine sein. War nach vor dem Reset, ging die tatsächlich schön ins Gelb rein. Und das ist jetzt die momentane Farbe. Ja, arbeite ich noch dran. Rechts daneben seht ihr die Tricolor. Das war die Tricolor aus dem Projektbecken. Das war ja eigentlich nur ein kleiner, winziger Plug gewesen, der dann erstmal hingegangen ist und hat erstmal eine Basalscheibe ausgebildet über den kompletten Plug und auch runter und hat keinen Wachstum nach oben geschoben. Dann war das Projekt vorbei, aber ich hatte halt einen Plug mit einer riesen Basalscheibe. So, dann ist das Ganze hier rüber gewandert unter das Hybridlicht und ihr seht selber, ja, dann schmeißen wir den jetzt mal nach oben raus. Fängt jetzt an zu schießen. Finde ich gut, dass das so funktioniert. Ja, Milka ist klar. Unkraut schlechthin. Vergeht nicht. Wächst wie Sau. Und ja, im Hintergrund habe ich meine Fischfalle. Da ist immer noch eine Anemone drin. die ein neues Zuhause sucht. Die Gonyos hinten stehen auch ziemlich gut und da sind meine Clowns. Da muss ich mir auch noch eine Kleinigkeit einfallen lassen, weil die sich dann halt da oben mit der Pink Bubbies hier ab und zu dann mal fetzt. Vielleicht muss ich ein kleines bisschen mehr vorholen. Vielleicht hilft das ja. Ist aber nicht weiter schlimm. Ihr habt gesehen, die Pink Bubbies ist ein schönes, großes Tier. Und ja, damit wären wir dann auch schon durch. Alles in allem seht ihr, das Becken steht sehr gut. Ich habe so gut wie gar keine Cyanus mehr. Die kleinen Fitzelchen hier und da ist eigentlich fast zu vernachlässigen. Das hat ein kleines bisschen vielleicht was mit Strömung zu tun, aber was auch immer. Im Endeffekt scheine ich ja den Kampf mit den entsprechenden Bakterien gewonnen zu haben. Ich habe die Guten dann halt mehr zum Wachstum angeregt. Das hat dann geholfen. Im Umkehrschluss hat es mir mein KH-Keeper erstmal außer Gefecht gesetzt. Sage ich jetzt mal so doof in die Runde. Er hat ja noch funktioniert, aber hat halt falsche Werte angezeigt. Das sind dann so Sachen, die man dann tatsächlich im Auge behalten muss. Und wo ich von ausgehe, dass es auch bei anderen Herstellern ähnlich wahrscheinlich funktioniert und läuft. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das ist hier Meckern auf hohem Niveau. Und ich muss pauschal sagen, das Becken steht top. Ich kann mich eigentlich nicht genug beschweren. Was da jetzt halt hier und da passiert ist, ist hausgemacht gewesen. Also sprich, dadurch, dass ich zu faul war zu füttern, ist mein Phosphat angestiegen und mein Nitrat. Ich habe dann dementsprechend eingegriffen mit neuem Absorber, mit Unterstützung durch das NO3-Redukt. Und das hat funktioniert, hat mir aber im Umkehrschluss so viele Bakterien wieder ins Becken gebracht, dass ich wieder extreme Bakterienbelege hatte und somit sukzessive sich auch Bakterienbelege wieder in meinem KH-Keeper abgesetzt haben und somit die Ergebnisse dort verfälscht haben. Also hausgemacht. Also es ist tatsächlich nachweisbar gewesen, dass es dahergekommen ist. Ja, heißt also im Umkehrschluss, wenn ihr sowas einsetzt, haltet eure Messgeräte im Auge. Bei dem einen ist es mehr, bei dem anderen weniger. Alles in allem muss ich sagen, ich habe es aber nochmal gut hingekriegt, weil ich halt grundsätzlich auch ein misstrauischer Mensch bin und nicht direkt immer der Anzeige Vertrauer, sondern alles gegengecheckt haben möchte. Wenn der sagt, da sind jetzt 8,0 drin, guck in mein Becken. Nein, mein Becken sieht nicht nach 8,0 aus, weil es dann einige Korallen geben würde, die dann dementsprechend anders aussehen würden. Aber Fehler gefunden, Fehler behoben, Gerät ist wieder eingestellt, läuft also soweit. Alles in allem, wie gesagt, kann ich mich nicht genug beschweren und würde mal sagen, ich habe genug gelabert für heute. Kleiner Hinweis noch, morgen 19 Uhr auf meinem Kanal live Vipers Meerwasserlounge mit Jörg Kokott. Und da haben wir einiges an Fragen im Vorfeld schon rauseruiert. Es wird wahrscheinlich ein Frage-Antwort-Spiel werden. Ich haue ihm die entsprechenden Fragen um die Ohren und er wird dann dementsprechend versuchen, darauf zu antworten. Ich sehe euch dann dort. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Viper. Ciao. Bis zum nächsten Mal.